Also Männer, aufgepasst! Das ist der Plan. Ihr macht euch auf den Weg in die Lunge. Du durch die Nase, du durch den Mund. Und du kümmerst dich um eine feine Allergie und hältst uns den Rücken frei. Äh, Boss, warum in die Lunge? Was sind wir? Krankheitserweger! Krankheitserweger! Und was wollen wir? Ärger machen! Ärger machen! Und wie schaffen wir das? Ratznase! Ratznase! Daraus wird wohl nichts. Oh nein! Der Klimacheck-Fingui! Ganz genau! Weniger drastisch, aber genauso effektiv ist ein Klimacheck in Ihrer Fachwerkstatt. Boah, die Werbung wird aber auch immer brutaler. Das stimmt. Aber einen Klimacheck könnten wir auch mal wieder machen. Ganz genau! Woab! Vielen Dank! Vielen Dank.